Ach du Scheiß Die sind rutschen Glaubst du oben rum ist schneller? In den meisten Fällen schon Aber oben versuchen alle Also gehe ich unten Ach ich kann durchs Wasser Wow Das ist der Nr Mann Das ist doch lächerlich Man hätte auch einfach gerade durch springen können Du musst gar nicht durch irgendeine Rutsche Ach so Genau Aber wie sieht es so aus dass wir raus sind Warum? Weiß ich nicht Weil wir dann Ausrufezeichen haben Oder ist das nicht unser Trupp Keine Ahnung Aber warum? Wie viele Truppen kommen denn weiter? Ich finde ich noch eine Truppe Ne 20 Die sind so schlecht Hä? Es waren doch gar nicht mal so viele vor uns Ja 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 Ich bin jetzt der Ich bin schon wieder letzter Ja Na Ich nimm auch jedes Ding hier mit Wie du bist zweiter? Ah ne warte Bist du durch? Nein Letzter Das wird nix glaube ich Schaffste Meine Fresse Nein Qualifiziert Du warst so gut, dass ich gar nicht mehr rein musste. Das sieht wieder zu kacke aus hier, rutschen nur um Reifenpunkte sammeln. Warum sind sie so schnell? Man kann laufen. Ach, es geht runter. Ich krieg auf einmal Boost. Das ist wieder von vorne. Niiiice! wie viele punkte brauchen wir denn 60 ich erst mal das spiel verstanden habe die kennen wahrscheinlich schon alle die maps auswendig ja das muss ich ja zum beispiel beim anfang hättest du nach oben drauf müssen weil es da mehr punkte gab richtig das wusste ich nicht und dann ist plötzlich nur die stache man muss geradeaus oder da oben jetzt möchte ich mal wieder ins ziel kommen nicht als letzter schon wieder die kacke ich meine das ist doch da wo ich gerade nicht ins ziel gekommen bin oder war das da wo ich ins ziel gekommen bin ich blick da nicht mehr durch oder ist das damit am ende den rutschen als mit am ende den rutschen wo du einfach in die mitte durchlaufen kannst da sind wir beide ins ziel kommen trotzdem ausgeschieden ja weil ich nicht wusste dass man geradeaus durchgehen okay ach du scheiß was geht hier ab ja in die einzelnen ja da ist ein loch das für ein dummes nashorn naja ich glaube das reicht nicht wir sind 25 stop ich glaube sobald du oben verkackst hast du schon verkackt wieder was neues ey ich glaube sie schafft das in der mitte ja 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 la Was muss ich denn überhaupt tun? Einfach die Leute hinterher. 30 Punkte. Bist du schon drin? Ja. Ja, kann ja gar nicht mehr noch jemand vor uns kommen. Also sind wir weiter. Yay. Platz 7. Wir stehen nebeneinander. Oh nein. Das ist so ne ganz alte Map. Was ist das da unten gewesen? Die runden Dinger in der Wand. Wieso sind die schneller? Ja. 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 Also komme ich die erste... elf Stück weiter? Ich weiß nicht, ich lache gerade über den Pipier. So weit sind wir noch nie gekommen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Was ist das denn? Ich glaube, die Plattform bewegt sich. Man muss halt draufbleiben. Ach du Scheiße. Warum stehen wir eigentlich so weit auseinander? Und beide an der... Nur in der letzten Bereich? Ja, keine Hütte. So relativ hier auf der Hütte. Ach du Scheiße, was ist das denn? Ich wurde runtergeschubst. Ich habe schon... Ich habe schon... Und jetzt? Schubs mal jemand runter. Ja, kann ich nicht. Ich habe schon mal einen Ratsch. Ich habe schon mal einen Ratsch. Ich habe schon mal einen Ratsch. Das ist ja doof! Schnell! Aber wir haben doch eh schon verkackt! Die anderen müssen ja auch nur durchkommen! Toll! Was ist das hier? Ohohohoho! Ja! Die anderen kommen aber zu zweit durch! Ja! Wo ist denn der eine da? Was kann ich immer sagen? Der Azen hier? Hat er den Spot gepasst, oder wie? Ich glaube! Boah, wir sind weiter! Ja! Fuhuhuhu! Die anderen sind auch alleine reingekommen! Ja! Ich hatte sehr Glück, dass ich vierter geworden bin! Ja! Boah, ey! Okay! So ein Spiel mit Nerven, das ist nicht gut! Meine Hände sind wieder klitschnass! Was ist das denn? Okay! Ist das in zweier Teams? Müssen wir das so nachmachen? Ja! Ja! Ach, scheiße! Ich würd' ja was! Die Runde! Weiß ich auch, Adil! Ähm! Mh! Ach so! Hä? Du darfst die Musik ziehen! Ach, ich darf die nur einmal berühren! Los! Äh! Äh! Das ist nix. Was ist denn jetzt hier falsch? Hier unten liegt zwei Rätter. Hier unten liegt zwei Rätter. Okay. Ehh. 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 Ah du Scheiß. Zu Werang Geil Das waren die Letzten Oh nein, das schon wieder. Diesmal ist es nicht das Finale. Ich bin in deinem Team. Ja, 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 geh weg. Ne, wir sind erster. Ja, ich bin in deinem Team. 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 Wir wollen wieder zurückkommen. Oh, es ist mir kalt hier mit deinem kurzen Fuß. Oh, nein. Hm, nein. Oh, nein. Oh, nein. Nein, nein. Ich bin schon bei Lila. Oh, ich bin auch gerade am Lauf. Toll. Hallo, das bin ich. Ja, ich weiß. Jetzt bin ich bei Gelb. Ja, ich weiß. 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 Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020